Ich wäre gestorben, wenn nicht ein Meermann vorbeigekommen wäre. Er versorgte meine Wunden und brachte mich in Sicherheit. Ich weiß, das hört sich romantisch an, aber er war leider so ziemlich das Gegenteil von dem, was man von einem Meermann erwartet. Ich wünsche nun, mit dir zu schlafen. Oh, äh, nein danke. Was soll das Gezicke? Ich dachte, jede Frau träumt davon. Ja, aber das ist irgendwie verkehrt rum. Wenn du den Oberkörper eines Mannes und den Unterlaub eines Fisches hättest, wär's was anderes. Ja, aber dann hätte ich keinen Penis. Na ja, das... Siehst du, damit habe ich deine ganze Theorie ins Wanken gebracht. Es tut mir leid, ich muss einfach nein sagen. Ich finde aber, du bist mir was schuldig. Ja, ah, verdammt!